Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir und ich freue mich erstmal sehr, dass du hier bist und dass du dir wirklich diese Zeit nimmst, auch um diese Folge zu hören, weil das möchte ich an dieser Stelle einfach mal zu Beginn sagen. Du kannst wirklich sehr, sehr stolz auf dich sein, weil du nimmst dir gerade diese Zeit, um mehr Bewusstsein für dein Thema zu schaffen und das machen leider nach wie vor immer noch die wenigsten Menschen. Ja, die meisten Menschen verschließen eher die Augen für die Themen, die sie eigentlich belasten, sind nicht bereit, in ihre Innenwelt zu schauen, sind nicht bereit, hinzusehen, sondern bleiben irgendwie im Kampf gefangen oder bedienen einfach weiter ihre alten Strategien und Muster, ja, oder verschließen einfach komplett die Augen. Und deswegen, ja, sei einfach schon mal sehr, 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 sehr stolz auf dich. Und dabei ist es erstmal egal, wie sich gerade das Thema bei dir ausdrückt. Egal, ob du die ständigen Gedanken ans Essen kennst, ob du ständig Essensdrang hast, ob du heimlich isst, ob du Fressanfälle, Essanfälle hast etc. Also egal, wie der Ausdruck aussieht, damit beschäftigen sich trotzdem nach wie vor die wenigsten Menschen, warum all das da ist. Und du gehörst zu den Frauen, die gerade Antworten suchen und nicht mehr länger bereit sind, ja, ihren momentanen Zustand zu akzeptieren. Und das möchte ich einfach an dieser Stelle sagen, sei mal ganz, ganz stolz auf dich. Und genau jetzt heute möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, auf das ich in den letzten Jahren bei so vielen Frauen, die ich eben betreuen durfte, immer wieder gestoßen bin. Und das ist das Thema Scham und Angst. Und es ist so wichtig, dass sie anfangen zu erkennen, ob und wie uns diese Punkte eben momentan einfach noch steuern und vielleicht auch komplett davon abhalten, wirklich frei zu sein und dann eben auch in unsere Selbstbestimmung zu kommen. Ja, und dazu natürlich gleich mehr. Ich weiß aus eigener Erfahrung natürlich genau, wie unfassbar Scham behaftet und auch stigmatisiert das Thema Essstörung, darunter auch natürlich Unter- oder Übergewicht in unserer Gesellschaft ist und wie viele Vorurteile es einfach hier gibt. Und das war damals auch einer der Gründe, warum ich meine Essstörung über 13 Jahre lang für mich behalten habe. Also ich habe wirklich alles dafür getan, damit es bloß niemand mitbekommt. Und wenn du das kennst und wenn auch du davon betroffen bist, dann kann ich dir an dieser Stelle einfach schon mal so tief nochmal versprechen und dir nochmal so tief sagen, hey, du bist damit nicht alleine. Es geht so, so vielen anderen Menschen auch so und es ist in unserer Gesellschaft heute ja fast schon normal geworden, dass es so ist. Ja, und das war auch einer der Gründe damals, warum ich wirklich meine Essstörung über 13 Jahre lang wirklich für mich behalten habe und geguckt habe, dass es bloß niemand erfährt. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle einfach schon mal sagen und ich möchte das so, so tief verinnerlich sehr, du bist nicht alleine mit dieser Angst. Ja, und leider ist es in unserer Gesellschaft fast schon normal geworden, dass wir so viele Vorurteile haben und dass wir einander nicht verstehen. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge wirklich nochmal tiefer in diese Themen mit dir eintauchen und dir zeigen, wie du dich auch wirklich Schritt für Schritt von diesen Ängsten lösen kannst und diese Scham auflösen kannst. Denn solange wirklich dieses Gefühl ja bei dir vorherrscht, ist es eben super schwer, auch den Kampf gegen dich und deinen Körper in der Tiefe wirklich zu beenden. Und deswegen, ja, heute wird es eine besondere Folge werden und ich freue mich sehr, dir einfach auch nochmal eine ganz neue Perspektive mitgeben zu dürfen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch schon mal sagen, für all die treuen Zuhörerinnen unter euch, werde ich am Ende dieser Folge noch eine ganz besondere Ankündigung machen. Etwas, worauf jetzt schon wieder einige von euch warten. Und deswegen, ja, hör dir die Folge gerne bis zum Ende an und dann wirst du zum Schluss auch erfahren, was ich mit dir teilen werde. Genau, aber jetzt lass uns gerne erst mal loslegen mit dem heutigen Thema. Also, vielleicht kennst du dieses so unangenehme Gefühl oder ich bin mir sicher, dass du es kennst, welches sich so in deinem gesamten Körper anfängt auszubreiten und sich wie so ein großer Schleier wirklich über dich legt, wenn dir etwas unangenehm ist oder wenn du etwas tust, von dem bloß kein anderer erfahren soll. Ja, vielleicht kennst du das, dass du alles dafür tust, um da ein kleines Geheimnis für dich zu bewahren und dass du vielleicht lieber sterben würdest, im Erdboden versinken würdest, als dass jemand davon erfahren würde. Wahrscheinlich macht dir das Ganze einfach eine riesengroße Angst, ja, wenn du daran denkst, wie es wäre, wenn wirklich die Menschen um dich herausfinden würden, wer du wirklich bist, was du wirklich tust, wenn du alleine bist. Und es kann sehr gut sein, dass du dich dafür wahnsinnig verurteilst und ja, dafür dich wahnsinnig schämst, dass du dich so verhältst und gleichermaßen, aber brauchst du das alles auch und kannst das irgendwie nicht loslassen. Und hier sprechen wir natürlich von diesem riesengroßen, unangenehmen Gefühl von Scham. Und zu diesem Gefühl gehören eben auch ganz häufig Gedanken wie, oh mein Gott, so was würden andere über mich denken, wenn sie davon erfahren würden. Na, hoffentlich hat das niemand mitbekommen, hoffentlich hat das niemand gesehen. Ja, ich muss mich verstecken, ich muss meinen Körper verstecken, ich muss mein Verhalten verstecken. Na, was habe ich bloß getan? Und ich möchte dir so sehr an dieser Stelle sagen, dass ich diese Gefühle und diese Gedanken noch so gut von früher kenne. Eigentlich kann ich wirklich auch sagen, dass sie während meiner Essstörung, aber auch in der Zeit davor, dass sie eigentlich täglich präsent waren. Na, also ich habe wirklich Scham empfunden, dass ich zum Beispiel als Kind ein bisschen muffeliger war als die anderen Mädchen in meiner Klasse. Ich habe mich geschämt, als meine Oma zu mir gesagt hat, so ich soll lieber auf das Überraschungsei verzichten. Ja, ich habe mich dafür geschämt, als ich während der Schule, während des Unterrichts zur Cafeteria gegangen bin, um mir ein Schokokroissant zu kaufen. Ja, was ich mir dann auf dem Schulklo reingestopft habe, weil ich, weil ich es nicht mehr halten konnte, diesen Essensdrang. Ich habe mich dafür geschämt, wenn ich darauf angesprochen wurde, warum ich beim All-You-Can-Eat-Buffet so oft auf Toilette gegangen bin. Ich habe mich für die Zahl auf der Waage geschämt. Ich habe mich geschämt in der Umkleide, vor allen Dingen auch, ja, wenn ich mich vor anderen irgendwie umziehen musste. Ich habe mich im Schwimmunterricht geschämt, im Freibad, am See, wenn ich vor anderen essen musste. Ja, wenn ich mich heimlich auf dem Weg nach Hause irgendwo noch mal in so eine Bäckerei oder irgendwas hineingeschlichen habe, um mir noch mal schnell was zu holen, um es unterwegs schon zu essen. Ja, ich habe mich geschämt, als ich beim Kellnern Essen geklaut habe, weil ich das dann in mich hineinschopfen musste und anschließend mich im Personalraum übergeben habe. Ja, ich habe mich geschämt, weil ich mehrmals am Tag im Supermarkt einkaufen gegangen bin und immer wieder gehofft habe, dass die Kassiererin mich gerade nicht erkennt. Ich habe mich so sehr geschämt, weil ich wieder zugenommen hatte, wenn ich vielleicht alte Freunde gerade getroffen habe oder wenn ich mich auch einfach nur im Spiegel angeguckt habe. Ich habe mich dafür geschämt, wenn ich Nachts Fressanfälle hatte und ja, wenn vielleicht sogar jemand gerade davon wach wurde. Und ich habe mich so sehr dafür geschämt, wenn ich beim Zahnarzt saß und er oder sie mich gerade gefragt hat, warum hast du so schlechte Zähne? Ich habe mich geschämt, als ich als Bikini-Athletin auf der Bühne stand und mit anderen Frauen verglichen wurde und immer noch gedacht habe, ich wäre nicht gut genug. Ich habe mich so sehr dafür geschämt, wenn ich Essen aus dem Mülleimer wieder rausgeholt habe und das dann gegessen habe. Ich habe mich so sehr geschämt, als ich mir eingestanden habe, dass mein Essverhalten nicht normal ist und dass ich eine Essstörung habe. Und ich habe mich wahnsinnig geschämt, als mein damaliger Freund herausgefunden hat, dass ich Bulimie hatte. Und ich könnte jetzt noch die unzählige weitere Punkte oder Situationen aufzählen, für die ich mich damals so sehr geschämt habe. Und ich habe mich ja sogar so sehr dafür geschämt, dass ich mich geschämt habe. Ja, und ich habe mich immer wieder gefragt, was mit mir nicht stimmt und warum ich nicht so sein kann wie andere. Und aus meiner heutigen Sicht weiß ich ganz genau, dass ich damit nicht alleine war und dass mit mir überhaupt nichts falsch war. Wie gerne wirklich würde ich der kleinen Jack hier von damals einfach mal begegnen und sie in den Arm nehmen und dir genau das sagen. Weil ja, wenn auch du dich gerade in irgendwelchen von diesen Situationen wiederfinden konntest, dann möchte ich dir auch das gerade so sehr sagen. An dir ist nichts verkehrt, an dir ist nichts falsch. Es ist nicht deine Schuld. Vielmehr gibt es eben tiefe, unterbewusste und emotionale Gründe, die einfach momentan noch dafür sorgen, dass du das Essen so sehr brauchst. Ja, Gründe, mit denen wir uns bereits auch in vorherigen Folgen natürlich im Detail beschäftigt haben. Also falls du diese Folgen noch nicht kennst, dann lade ich dich an dieser Stelle nochmal von Herzen dazu ein, ja, hier auch weiter Bewusstsein aufzubauen. Wichtig ist einfach zu wissen, ja, ist, dass diese Gründe meist zurückzuführen sind auf alten Schmerz und alte Traumata, die im Laufe unserer Kindheit entstanden sind und die wir noch immer nicht aufgearbeitet haben. Und oft entsteht dadurch so eine Art, ja, nennen wir es emotionales Loch, welches wir dann versuchen mit beispielsweise Essen zu füllen. Da Essen das aber nicht kann, ne, dieses Loch langfristig füllen, sondern hier bräuchten wir Hinwendung, Liebe, Aufmerksamkeit, etc. Aber brauchen wir eben immer wieder auch was Neues, was dieses Loch zumindest für eine temporäre Zeit irgendwie füllt. Und dieses Wissen fehlt uns natürlich. Ja, wir bekommen das natürlich nicht beigebracht und wir haben uns in der Regel auch nie damit beschäftigt, wie wir alten Schmerz wirklich in der Tiefe lösen können, weswegen wir eher permanent damit beschäftigt sind, irgendwie das Symptom, also beispielsweise jetzt den Essensdrang oder auch die ständigen Gedanken ans Essen irgendwie zu bekämpfen. Ja, und dazu kommt natürlich, und das ist eigentlich erst mal die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt auch eine Chance haben, Frieden zu schließen, ist, dass viele, viele erst nach, ja, vielen, vielen Jahren bereit sind, überhaupt sich jemandem hier zu öffnen, ja, auch selbst ehrlich zu sich zu sein und natürlich auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, und das ist natürlich auch nicht nur beim Thema Essstörung so, sondern eben auch oft bei Burnout, bei Depressionen, etc. Und dafür gibt es natürlich auch mehrere Gründe. Ja, einer davon ist, dass wir diese Themen in unserer Gesellschaft stark stigmatisieren. Und es gibt unzählige Vorurteile wirklich über Alleinessstörungen und auch beispielsweise Depressionen, ja, die einfach schlichtweg auch nicht wahr sind. Doch glauben sie wahnsinnig viele, ja, dass wir irgendwann denken, okay, sie entsprechen der Wahrheit, na, einschließlich, und das ist natürlich das Schlimmste für die Betroffenen, dass sie das selbst glauben. Und so habe ich zum Beispiel auch ganz lange selbst geglaubt, dass ich einfach nur undiszipliniert bin, weil ich ständig mehr gegessen habe als andere. Und ich dachte, dass mir diese Willenskraft einfach gefehlt hat, dass ich mich nicht wieder an meinem Plan halten konnte, ja, weil ich dachte ganz lange, dass Essen sei das Problem und dass ich einfach noch nicht die richtige Ernährungsform für mich gefunden hatte. Ich dachte so lange, dass ich faul sei, weil ich keine Lust auf Sport hatte. Ich dachte so lange, dass ich einfach mehr Kontrolle und Disziplin aufbauen müsste, ja, um endlich abzunehmen. Dass ich schlank sein muss, um erfolgreich, um liebenswert zu sein, um Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen. Ja, und diese Überzeugungen waren damals so tief in mir verankert, weil ich sie eben von klein auf irgendwie mitgenommen habe und auch mitgegeben bekommen habe. Und das ist etwas, was wirklich nicht nur in unserer Gesellschaft oder auf unsere Bezugspersonen zutrifft, also dass uns das mitvermittelt wurde, sondern eben auch, wir bekommen das mit von Büchern, in Zeitschriften, in Filmen, in Serien. Und wenn wir uns alleine mal Filme genauer anschauen, in denen Frauen, die mehr Gewicht haben, meist als einsame, selbstzweifelnde, unglückliche Figuren irgendwie dargestellt werden, die auf der Suche sind, nach Liebe, nach der Anerkennung, nach Selbstakzeptanz. Ich habe mir häufig so oft Szenen angeguckt, wo diese Frauen unter einem unkontrollierten Essverhalten so dargestellt wurden, was zur Darstellung von übergewichtigen Menschen als in Anführungszeichen gierig oder außer Kontrolle beiträgt. Also das sind, was uns hier alles beeinflusst und was wir deswegen unterbewusst beginnen zu glauben, ist so, so traurig. Oder von der Fitnessszene möchte ich gerade gar nicht erst anfangen, weil auch hier ist es so häufig so, dass meist eine völlig destruktive Lösung angeboten wird, die zwar vielleicht mal temporär beim ständigen Essensdrang oder auch bei den Fressanfällen helfen kann, aber langfristig das ganze Thema sogar verstärkt und verschlimmert. Und wir wollen hier nicht mal über die gesundheitlichen Probleme sprechen. Und es wird einfach auf so vielen Ebenen Falschinformationen verbreitet, dass dieses Gefühl der Scham eben meist noch verschlimmert wird. Und da in der Regel auch unser Umfeld und darunter unsere Eltern und Freunde, ja ich sag mal infiziert von dieser Stigmatisierung wurden, haben wir häufig eben auch niemanden, der uns wirklich über die Wahrheit aufklärt und dem wir uns dann wirklich auch anvertrauen können. Und in den letzten Jahren habe ich immer wieder von so vielen Frauen, die ich auf dem Weg unterstützen durfte, gehört, dass sie teilweise so viel Unverständnis bekommen haben, also auf so viel Unverständnis gestoßen sind. Und hier haben sie auch Aussagen gehört, wie zum Beispiel, hey, du musst dich einfach nur ablenken, wenn der Essenstrang da ist, ja. Oder ganz schlimm auch, eine Essstörung wirst du dein Leben lang haben. Du musst nur lernen, damit umzugehen. Oder du hast doch Normalgewicht, wo ist denn dein Problem? Ja, und solche Aussagen dann über sich agieren zu lassen und dann ja noch tiefer in das Gefühl eigentlich von Schuld und Scham zu rutschen, weil man denkt so, okay, ich bin der Fehler. Ja, das ist so, so schlimm und so traurig. Und dann wird sogar häufig sogar noch geraten, dass man jetzt einfach sich an einem festgelegten Ernährungsplan halten soll oder sogar zu härteren Mitteln greifen soll, wie Abnehmenspritzen oder irgendwelche Pillen oder sonst was. Und das sind wohlgemerkt teilweise Aussagen von Therapeuten, Therapeutinnen, Ernährungsberater, Ernährungsberaterinnen oder Ärzten. Ja, also Menschen, denen wir in unserer Gesellschaft besonders viel Vertrauen schenken, weil sie ja schließlich viele Jahre damit verbracht haben, sich umfassend mit diesen Themen zu beschäftigen oder zu informieren und deswegen ja eigentlich doch umfängliche Kenntnisse besitzen sollten. Und wir dürfen anfangen, sowas zu hinterfragen. Und ich möchte damit natürlich nicht alle in eine Schublade stecken. Es gibt unfassbar gute, tolle Therapeutinnen, Psychologinnen, Ärzte und so weiter. Aber bitte achte immer darauf, wie sehr ist die Person wirklich in diesen Themen drin, weil das, was ich in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen habe und aber ganz viel Unverständnis und fehlendes Wissen, ist wahnsinnig traurig und auch problematisch, weil die Person in dem Moment dann halt wirklich anfängt zu denken, okay, mit mir ist was falsch oder aber, okay, ich muss lernen, damit zu leben. Und das hält uns natürlich komplett in dem Problem gefangen. Ja, und auch wenn diese Aussagen, ich weiß, die sind natürlich gut gemeint. Also das ist natürlich niemals gegen die Person etwas, aber es tut mir trotzdem einfach im Herzen weh, weil die eh schon vorhandenen Wunden in dem Moment natürlich noch mehr anfangen zu bluten und die Person noch mehr anfangen, sich zu schämen und noch mehr die Hoffnung aufgeben. Und oft vergehen hier wirklich nochmal Jahre, bis die Person zum Beispiel dann auch beginnt, nochmal sich zu entscheiden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und nicht umsonst ist die Dunkelziffer bei Essstörungen so wahnsinnig hoch, weil eben so viele Betroffene einfach im Stillen leiden und niemanden haben, bei dem sie sich wirklich sicher fühlen oder über das Thema sprechen können. Und auch das ist ein so wichtiger Punkt. Teilweise kommen Frauen zu mir, die schon 30, 40, 50 Jahre am Kämpfen sind. Und die meisten davon haben schon einiges gemacht und super viel probiert, um irgendwie frei zu sein und dann doch immer wieder irgendwo resigniert. Und viele davon wurden enttäuscht, weil Versprechungen gemacht wurden, die dann nicht eingehalten wurden. Oder sie haben dann immer wieder angefangen. Ja, aber ich muss doch jetzt diese Pläne einhalten. Ich muss mich doch jetzt hier mit diesen Regeln irgendwie rumschlagen. Und haben dadurch immer wieder das Gefühl bekommen von, ich bin nicht diszipliniert genug. Und sie wurden immer wieder mit diesem Gefühl konfrontiert. Und einige davon hatten zum allerersten Mal verstanden und sich eingestanden, dass sie hier wirklich über einen anderen Weg an das Thema gehen müssen. Und dass sie ein tieferliegendes Thema gerade haben. Und ja, es ist für mich und beziehungsweise für mein Team und für mich immer eine so große Erleichterung natürlich, wenn sie dann auch zu uns finden. Und viele davon berichten wirklich auch, dass sie trotz jahrelanger Therapien das erste Mal sich verstanden fühlen und dass man merkt, dass eben wir selbst durch diesen Weg gegangen sind oder durch diesen Prozess. Und deswegen, warum ich dir das gerade nochmal so ausführlich erzähle, auch von den Erfahrungen anderer Frauen ist, weil ich nicht möchte, dass du irgendwo auf deinem Weg anfängst zu denken, dass es für dich nicht möglich ist. Oder ja, dass du dich selbst verlierst in diesen destruktiven Glaubensmustern und deswegen dich schämst und denkst, dass du nicht richtig bist. Ja, und wenn auch du wirklich gerade zu den Frauen gehörst, die schon lange, vielleicht jahrelang am Kämpfen sind, dann möchte ich dir dich so sehr an dieser Stelle wirklich ermutigen, dass du nicht aufhörst, daran zu glauben, dass es einen Weg gibt, um Frieden wirklich zu finden mit deinem Körper und mit dem Essen. Ja, es gibt einen Weg und der besteht eben nicht darin, dich noch selber zu bestrafen oder dich noch mehr zu kasteien oder noch disziplinierter zu sein oder zu irgendwelchen Mitteln zu greifen. Also abnehmen, spritzen oder sonst was. Ich weiß, wie schlimm es ist, wenn man das Gefühl hat, dass man einfach nicht verstanden wird. Und ich weiß auch, wie stark die Angst davor sein kann, verurteilt zu werden, mal wieder enttäuscht zu werden, weil man sich irgendwo ja wieder was anderes erhofft hat. Und trotzdem möchte ich aus tiefstem Herzen hier gerade sagen, du bist nicht die Einzige, die unter diesem Thema leidet. Du bist nicht die Einzige. Es gibt so viele Menschen da draußen. Ja, und es ist wichtig, dass wir anfangen, darüber zu sprechen, damit wir wirklich verstehen, ja, was das eigentliche Thema ist. Genau, und neben den gesellschaftlichen Stigmatisierungen und den ganzen Vorurteilen gegenüber Betroffenen kommen wir dann natürlich auch nochmal zu unserem eigenen Verhalten, beziehungsweise zu unseren eigenen Schutzprogrammen, die dafür sorgen, ja, dass niemand erfährt, wie es dir gerade wirklich geht. Und Scham ist nämlich hier wirklich ein so stark ausgeprägtes Gefühl, das für uns häufig kaum aushaltbar ist. Das meist aufgebaut ist auf dem schmerzhaften Gefühl von nicht gut genug zu sein. Und diese unangenehmen Gefühle, die wollen wir nicht spüren. Und deswegen bauen wir Strategien auf, die aber ganz häufig sehr, sehr kontraproduktiv sind und die uns aber unterbewusst gerade helfen sollen, irgendwie mit der Situation besser klar zu kommen. Ja, so habe ich ganz lange versucht, mein Essensthema zum Beispiel auch komplett zu verdrängen und mir selbst immer wieder eingeredet, dass ich überhaupt kein Problem habe. So lange, bis ich es wirklich selbst geglaubt habe. Also wenn ich jetzt heute zurückblicke zu den Zeiten, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich keine Essstörung, ja, muss ich liebevoll schmunzeln, weil ich mich einfach hier komplett selbst verarscht habe. Also ich hatte auch eine Zeit lang ein komplettes Doppelleben aufgebaut. Also nach außen hin habe ich immer getan, so als wäre nichts und habe irgendwelche Überreste von Fressanfällen versteckt und habe dann stets gelacht und habe mir tausende von Lügen ausgedacht, damit ich heimlich essen kann, ohne dass jemand etwas merkt. Und ja, es gab also die Jackie, die immer gelächelt hat, die diszipliniert war, die ins Fitnessstudio gegangen ist, die gute Noten geschrieben hat und eben die Jackie, die zu Hause war, die alle Küchenschränke aufgerissen hat, die haufenweise Essen in sich reingestopft hat und dann auch zur Toilette gegangen ist. Also ich habe ja verschiedenste Phasen gehabt. Ich habe nicht die ganze Zeit über Bulimie gehabt. Es gab auch Phasen, wo ich heimlich gegessen habe, ohne mich zu übergeben. Ja, also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aber niemals habe ich jemandem wirklich einen Einblick in mein heimliches Leben gegeben. Ja, niemals. Ja, und das eben auch einfach aus dem Grund, weil ich wahnsinnige Angst davor hatte, dass mich jemand auch als schwach oder undiszipliniert sehen könnte, dass ich verurteilt werde. Und da war diese Angst so, so stark irgendwie, dass man mich dann nicht mehr mag, zum Beispiel. Oder ich hatte wahnsinnige Angst davor, dass jemand einfach mein kleines Geheimnis erfahren konnte und mir das dann auch wegnahm. Also dass man dann sagte so, nein, jetzt nicht mehr. Entweder änderst du was oder ich gehe. Wie zum Beispiel bei meinem damaligen Ex-Freund. Und deswegen habe ich einfach weiterhin meine Maske getragen. Und das macht fast jeder Mensch so auf seine eigene Art und Weise. Also jeder Mensch trägt irgendwie eine Form von Maske, vielleicht auch verschiedene Masken, um nach außen hin ein Bild aufrecht zu erhalten, um zu denken, okay, so werde ich gemocht, so bin ich gut. Ja, und das ist nichts, wofür wir uns verurteilen oder schämen müssen. Es ist einfach eine Strategie, die wir häufig unterbewusst wählen, um negative Gefühle zu verdrängen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, da liebevoll zu uns zu sein und uns dazu vergeben, dass wir uns gerade verhalten, wie wir uns verhalten. Du bist kein schlechter Mensch. Ich habe mich ganz lange als schlechter Mensch gefühlt. Warum belüge ich meine, warum belüge ich die Menschen, die ich liebe? Nein, bitte hör auf damit. Es ist einfach nur eine Strategie, aber gleichermaßen eben ganz wichtig, dass du trotzdem beginnst hinzusehen, damit dieser Zustand natürlich nicht immer aufrechterhalten bleibt. Genau, und irgendwann habe ich dann einen Punkt in meiner Erststörung erreicht, an dem ich mir wirklich das eingestehen musste, dass es einfach so nicht mehr weitergehen konnte. Und das war eben gleichermaßen auch der Start meiner Heilungsreise, weil ich aufgehört habe, mich selbst zu belügen und endlich angefangen habe, wieder Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und auf diesem Weg habe ich dann auch erkannt, dass all diese Vorurteile und Stigmatisierungen, an die ich selbst immer wieder geglaubt habe, einfach nicht wahr sind. Ja, ich habe hier wirklich so viele Schlüssel gefunden, die so wichtig für mich waren, damit ich endlich mich aus diesem Kampf befreien konnte. Und einer dieser Schlüssel war wirklich, dass ich endlich aufgehört habe, mich selbst zu verurteilen und mich für mein Verhalten zu schämen. Und stattdessen habe ich wirklich angefangen zu verstehen, dass ja hier vor allem alter Schmerz hinter steckt, alte Verletzungen, alte Traumata etc., die mich einfach gesteuert haben. Und ich habe wirklich hier angefangen, dann eine Haltung einzunehmen, ja, bei der ich beispielsweise bei jedem Mal, wenn ich emotional gegessen habe oder auch einen Fressanfall hatte, eben nicht mehr in die Verurteilung gegangen bin und mich nicht mehr gefragt habe, so, okay, wie kann ich das jetzt ausgleichen? Oder warum bin ich wieder so schlecht? Warum bin ich nicht disziplinierter? Und stattdessen angefangen habe, wirklich diese Situation zu verstehen und anzunehmen. Und ja, ich habe angefangen, mich wirklich zu fragen, warum ist das gerade da? Warum habe ich das Essen gerade gebraucht? Und so begann wirklich meine tiefe Reise in meine Gefühls- und Innenwelt. Und ja, hier habe ich natürlich meine wahren Antworten und Schlüssel bekommen. Und heute weiß ich zu 100 Prozent, dass ich niemals auf diesen Weg gekommen wäre, wenn ich ja nicht aufgehört hätte, mir selbst gegenüber unehrlich zu sein, in der ja weiter in Scham und Schuld zu versinken und irgendwelche gesellschaftlichen Stigmatisierungen zu glauben. Ja, ich hätte niemals den Punkt erreicht, an dem ich sagen kann, dass ich frei bin und das jetzt schon so, so viele Jahre und mich in meinem Körper so wohlfühle wieder. Und deswegen möchte ich dich so sehr dazu einladen, ja, dieses Gefühl der Scham nicht länger wegzudrücken und ja, diesen ganzen Lügen zu glauben. Traue dich, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Ja, hör auf, dich zu schämen, denn es gibt Gründe. Ja, es gibt Gründe für dein Verhalten. Gründe, die eigentlich nur darauf warten, von dir erforscht und entdeckt zu werden. Ja, und ich möchte dir gerade nochmal so sehr sagen, du hast es verdient, wieder glücklich zu sein. Du hast es verdient, ein natürliches und leichtes, intuitives Essverhalten aufzubauen. Ja, du hast es verdient, dir selbst mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Und wenn du den Ruf spürst, ja, endlich diesen Weg zu gehen, dann habe ich jetzt, wie ich am Anfang gesagt habe, eine besondere Ankündigung für dich und von der ich zu Beginn der Folge gesprochen habe. Und zwar, morgen startet offiziell die neue Soulfood-Bewerbungsrunde, die am 22.04. starten wird. Wenn du also Unterstützung auf deinem Weg, raus aus dem Kampf möchtest, dann darfst du dich jetzt ganz offiziell auf meiner Webseite schon für die neue Runde bewerben. Und in Soulfood durfte ich bereits tausenden Frauen helfen, wirklich den Kampf gegen ihren Körper zu beenden und ihnen stattdessen zeigen, so wie sie wieder Frieden finden können. Und das nicht nur körperlich oder mit dem Essen, sondern wirklich auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen gleichzeitig. Und ja, wir starten hier wirklich immer gemeinsam als Gruppe eine sehr tiefe, heilende Reise, auf der du dir wahrscheinlich in einer Tiefe begegnen wirst, wie du es bisher noch nicht getan hast. Und ganz wichtig möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, diese Plätze sind immer begrenzt, weil wir individuell arbeiten. Und deswegen erfahrungsgemäß sind Plätze auch recht schnell ausgebucht. Deswegen, auch wenn du dich zum Beispiel fürs 1 zu 1 interessierst, bewirb dich gerne am besten jetzt vor der offiziellen Bewerbungsphase. Wie gesagt, morgen geht es ganz offiziell bei Social Media raus, in unserem E-Mail-Newsletter etc. Und deswegen, ja, du hast jetzt wirklich einen Vortritt, wenn du spürst, okay, das ist mein Weg und das fühlt sich für mich gut an. Und ja, da möchte ich an dieser Stelle dich einfach auch nochmal dazu einladen. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß, wir sind da so sehr hin und her gerissen und wissen nicht, was ist der richtige Weg. Wir kämpfen schon so lange. Wir haben ganz häufig diese Hoffnung schon verloren. Und deswegen lade ich dich einfach an dieser Stelle auch nochmal dazu ein, wirklich mal einfach zu fühlen. anfangen. Anfangen mal deine Augen zu schließen und mal zu gucken, okay, wie fühlt sich dieser Weg Soulfood für mich an? Und wie gesagt, du kannst dich bewerben. Du kannst auch ein ganz unverbindliches Gespräch führen, wo du mit einer wundervollen Frau aus meinem Team dann sprechen wirst. Und mein ganzes Team ist sowieso ja aufgebaut auf ehemalige Soulfood-Teilnehmerin. Das heißt, diese Frau, mit der du sprechen wirst, die hat sich mal genau an dem gleichen Punkt gefunden wie du und ist einfach für dich da, um all deine Fragen zu beantworten. Dass du nochmal alle Infos bekommst, die du brauchst. Und ja, deswegen, ich freue mich wahnsinnig darauf, wirklich wieder eine tiefe Heilreise mit dir, mit euch zu starten und ja, dass wir endlich diesen alten Schmerz loslassen können und dass sich endlich wieder Leichtigkeit in dein, in euer Leben einstellen kann. Und deswegen würde ich sagen, ich danke dir fürs Zuhören. Alle Infos, wie gesagt, zu Soulfood selbst findest du in den Shownotes. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und ich freue mich sehr, dass du bis hierhin gehört hast, dass du dich wichtig nimmst. Und an dieser Stelle auch immer solltest du Fragen haben. Du kannst mir immer gerne bei Instagram schreiben und lass mich gerne wissen, wie diese Folge für dich war, was diese Folge mit dir gemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass ich dir ein paar neue Gedankengänge und Sichtweisen mitgeben durfte. Und ja, freue mich natürlich wie immer auch über Feedback. Wenn du magst, sehr gern auch bei iTunes und Spotify. Das unterstützt die ganze Vision, dass mir Frauen ja das anfangen zu hören und wieder Hoffnung schöpfen. Und genau deswegen in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, ganz egal, wie diese aussehen mag.